so leute der süße lässt sich jetzt wirklich hier tätowieren beste 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 wer das auf jeden fall nicht verpassen will leute sollte jetzt schon mal abonnieren es wird auf jeden fall wild ja wir gehen mal rein in den laden da sitzt der frisi der ehrenmann er sitzt da schon der tätowierer hier in unna ist das leute und alles dazu wird unten markiert leute alles wird unten markiert leute nice 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 der laden auf jeden fall wir sehen uns auf jeden fall jetzt gleich leute in action wir haben jetzt einen rücken betäubt leute es wird auf jeden fall wild oder der bruder muss sich jetzt gleich hier hinsetzen dahin nicht ach so ja das kann auch sein ich denke mal er muss sich da hinsetzen leute das ganze habt ihr ja schon bei tik tok gesehen und ja wie gesagt leute jetzt ja ich gehst los oder bist du bereit erst bereit leute muss noch ein ein bisschen einwirken und dann und dann let's go wir werden auf jeden fall jetzt gerade mal schauen wie krass das tattoo hier wird es wird auf jeden fall wild leute wirklich das ganze läuft hier werden mal gucken wie sich der gute hier schlägt es sind auf jeden fall wild leute wirklich sieht auf jeden fall schon mal gut aus ich zeige euch das mal so auf tik tok habt ihr ein bisschen den livestream verfolgt leute also es wird auf jeden fall echt krass 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 wirklich ihr könnt gerne abonnieren leute für mehr content für mehr festival content und alles drum und dran jetzt kommt schon mal das tattoo das wird extremst wild leute extrem wild so sieht das gerade schon echt schon wild aus leute und jetzt wird noch die andere seite gerade fertig gemacht was passiert die leute was passiert nein es wird auf jeden fall wild aussehen wir sehen jetzt gleich das ergebnis leute frisi macht jetzt weiter ab wir sind in unna dass ihr auf jeden fall schon mal bescheid wisst leute unerlebt gleichstraße 59 nice 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 auf jeden fall echt wild sagt euch ehrlich sieht nice aus jetzt geht noch die andere seite hier los krass 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 was hier abgeht leute wirklich wie gesagt leute dafür schon mal abonnieren wir sehen uns jetzt gleich wieder leute bis gleich ihr seht das ganze hier ist auf jeden fall nice geworden ihr könnt mal eure meinung unten in die kommentare schreiben und dann würde ich sagen leute passt auf euch auf bis zum nächsten mal haut rein und best man